ich habe gesagt mir was gilt mich so mann ein wiesing wiesing ist übrigens auch der name von dem pokémon ich glaube aber die heißen auf deutsch noch mal smock mock heißt es auf deutsch das da ist es bin ich so klar etwa auch pokémon sei da oder was das wird wir nie wie brach live ja hallo wir meine quest die monster waren also der ursprung des nebels und haben ihn genutzt um leute zu attackieren ich hätte es mir denken sollen und der und der anu archipel muss ihr nest gewesen sein aber nun da ihr euch um sie gekümmert habt sollte sich das problem erledigt haben ich danke euch dafür dass ihr die verschollenen gerecht und mir bei meinen nachforschungen zu angegangen sein und war ein schnelles quest dagegen sehr schnell ich wollte mich noch mehr mit ihr labern kannst du bitte aufhören mich an zu labern so wirklich neue mission haben wir nicht außerhalb die die dauerhaft laufen wo wir sachen für finden müssen die würde ich aber machen wenn wir da genug sachen dafür haben also ich glaube selber nicht dass das aus meinem mund rauskommt aber ich glaube wir machen die hauptmission weiter ist denn da los kann ich dich ausrüsten hauptmission die ist einfach ausgerüstet ok wohin müssen wir dafür sollte eventuell lesen ajetia ajetia ist das erste gebiet oder nicht ajetia also oder so bokemann immer auf englisch gespielt ich werde jedes mal gespielt habe weil englisch cool ist in die richtung müssen wir ich wollte nicht wieder auf den arsch zoomen in die richtung also ich würde ich mache das nicht extra als ich teleportiere mich und im gesicht weiter was wie sollen wir denn sollen wir da hoch die karte vielleicht schon aus meiner mission dabei hier richtung kolonie omega und wolkenfeste auf die karte korn gipfel omega um omega muss ja hier sein bestimmt na das war müh wo ist um mega gewesen bei der harmonie der rahmen können was besser sehen omega 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 0 kolonie die haben wir noch gar nicht hier irgendwo sein die richtung kolonie omega und wolkenfeste auf die karte korn gipfel ich gucke mal ganz kurz ob wir da irgendwie hinkommen weil sie es halt nicht so wirklich kunden war einfach mal ein bisschen wir haben ja wir sind auch noch nicht hier richtig rum gegangen und wir wissen ja dass hier auch heiler begegner sind also vielleicht ist das das war richtig wenn da hinten hin ich möchte auch noch hier ein bisschen erkunden gerade das ist ein paar likes wird schon gut ich bin ich senpai senpai die gehen da sind aber auch nochmal weg naja ich weine ich würde es ja du lachst über alles aber das finde ich auch gut ich habe und ich einfach mal das gesamte gebiet wir haben ja noch so wenig aufgedeckt weil die geht immer zu high level waren das ist das startgebiet eigentlich gewesen das schlachtfeld auf dem das spiel begonnen hat wir haben wir nie erkundet weil die gegner 40 und weiter hinten zu high level 70 oder so waren gucken wir uns also ein bisschen um vielleicht finden wir auch ein einzigartige gegner oder andere sachen bohr was bohr 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 lachen husten ist ekelhaft ich habe auch gelesen dass du heute ein bisschen viel flug auf hat ist auch nicht so toll war recht auch immer halb wenn sie flug auf hat das ist richtig schlimm dann komme ich wenn ich schluck auf habe habe ich einmal und danach geht er halt einfach wieder weg ich weiß auch nicht warum das liegt daran weil ich meine mein flug reflex so trainiert habe dass ich ich nicht mehr ja war so ich habe viele bilden geschluckt zwischen schon fünf mal gehabt auch wieder nach ich zu viel so hübsch so schön oben ist ein container möchte ich haben das klettern ist jetzt nicht gerade das einfachste in diesem spiel okay schon verstanden jemand denkt an mich was und dann nehmen wir den container da ist die kolonie die wir damals besiegt haben alles auch nicht kolonie omega oder ich glaube nicht sind doch noch mal hoch scheiße gedacht wir den richtigen weg gegangen ja und dann hier man sagt ja wenn man schluck auf hat denkt man denkt man an dich deswegen hat man auch fünf mal ich hätte es nur vom niesen her also wenn du wenn du nie ist dass man an dich denken das ist auch so eine anime trope also voll aufgeben die nicht in jedem anime aber in vielen animes wenn über irgendeinen charakter gesprochen wird der gerade nicht on screen ist wird dann immer zu einer szene gewechselt wo dann dieser charakter über den gesprochen wird ist und liest schluck auf kenne ich das gar nicht das sprichwort oder ist ja nicht mein sprichwort oder sind das wenn es gerade nicht ein wenn es dafür auch eins gibt machen werden aber auch immer stärker diesen 62 das sind auch nicht weniger noch mal erkunden aber jetzt nur 50 prozent von dem was du gerade gesagt hast mitbekommen weil ich angerufen wurde ist egal ist nicht so wichtig werden angerufen internet anbieter oder oder ist ja jetzt gar nichts mit raus geworden weil es ja so funktioniert hat aber wenn ihr da ja dauerhaft auch internet probleme habt dann würde ich da auch generell mal gucken dass irgendwas gemacht wird kann ich sein meine marm das dann immer ganz ganz wichtig den wollen wir vorbei dass die kolonie die wir ausgerottet haben haben jetzt hier aufgedeckt war das ganze stück hat man auch nicht aufgedeckt hier könnten wir auch noch mal kurz nachgucken machen wir ich mache das nicht extra ich mache das echt nicht extra wirklich nicht wirklich nicht wirklich ich würde ich mache das wirklich nicht extra das spiel macht das automatisch ich weiß auch nicht was mit dem spiel los ist das spiel macht das extra sie hat angerufen um zu fragen was ich mache der gute alte what you doing einmal erkunden hier springen aha das spiel will dass du horny wirst gucke ich ins horny jail nicht gut ich glaube ich muss einfach den charakter wechseln auf land dann ist das besser dann zoomt das spiel nicht an den an an männerärsche so das spiel nicht automatisch glaube ich hätten wir jetzt gar keinen bock drauf ob wir ein bisschen jolo zieht aufgenommen gesundheit danke danke das ist eine sackgasse ja in der tat ist das so hier hoch ich glaube ich weiß eventuell wo uns das spiel hinschickt es gab so eine stelle wo das so aus als ob da eine brücke irgendwann erscheint was könnte es sein dass wir dahin müssen eventuell okay großteil erkundet würde ich sagen aber ohne so oh mein gott hab ein feutig statt eindeutig geschrieben ist das ein wort ich glaube nicht aber recht schreibt weder man kennt man kennt das gute alte tippen eigentlich schon 19 uhr wie gesagt macht heute ist nur wieder ein kürzerer stream ist das letzte mal heute heute fängt wieder worlds an sagen wir es so also e-sport gedöhnt und morgen gibt es dann kein stream morgen bin ich im neuen one piece film mit shari und so 4 freut mich auch schon drauf und am samstag irgendwann mittags nachmittags je nachdem was ich aufwachen möchte auch gut ausgeschlafen sein für den anfang des streams fängt dann der vier stunden stream an habe ganz viel vorbereitet heute noch dafür ich habe so eine powerpoint hahaha was war diesmal so lustig was 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 war so fanny ich habe es nicht mitbekommen ich weiß was deine luft fliegt vom gebiet her auch super hübsch na als der charakter gefallen ist aber mir ist es wieder automatisch auf den arsch gesungen worden ach so dieses au aufdecken hallo lebhafte tasma ich besiegen wir mal weil ich lust habe paketen wurf vom banger letztens ein gespräch mit bambus du meinst darius sagt auch nicht bambus das ist so Werfen, schleudern und schmettern. Sehr schön. Wegen dem Vostüm, er hätte Erii als Mate geben können. Das ist sein Spitzname. Das ist sein Dingensname. Ich switche immer. Nice, nice. Wie gut, dass ich mich nicht mehr so wie früher genannt habe, weil ich mein In-Geld-Name in den meisten Sachen nick, wenn ich den höre, nee, 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 danke, nein, nee, nee, muss nicht sein.